Hallöchen und Herzlich Willkommen zu der 83. Folge, da geht's Vulkan mit dem Semmy, ja wir waren letztes Mal im E-System fürs Atomkraftwerk dran und ja da habe ich jetzt hier gerade schon ein bisschen Kuhle reingetan, weil wir brauchen noch ein paar Solarpanels, ich habe die ja letztes Mal so glorreich abgebaut. Und ich dachte mir, da mache ich doch direkt ein Recipe draus, hier habe ich gleich zwei und ja den Sand habe ich auch schon, weil ich werde auch wieder Glas brauchen, aber der soll schneller durchlaufen. So, dann habe ich den Codas, schon mal eine ganze Ladung, das reicht eigentlich auch erstmal an Glas. Dann brauche ich den Machine Block, wo habe ich ihn jetzt hin? Ne, das war der Generator, genau richtig, dieser hier. Und da muss ich mal schauen, was braucht man noch? Electric Circuits, die kann ich auf jeden Fall craften, so. Das heißt, zwei hier rein, eins da rein und hier weiß ich es jetzt wieder nicht, wahrscheinlich mache ich es gerade wieder falsch rum. Genau, genau wie immer. So rum ist es nämlich und dann encode ich das Ganze, so. Und dann habe ich nämlich auch diese Advanced Machine, äh Quatsch, diese normalen Solarpanels, auch craftbar und muss mir da nicht mehr allzu den Kopf machen. Vor allem kann ich es dann auch durchaus etwas, äh, ja, effektiver oder höher oder schneller craften, was gar nicht schlecht ist. So, und das werden wir jetzt auch direkt machen und zwar werde ich mir hier, ähm, vier habe ich dort, mal zwei machen und siehe da, Nummer eins, Nummer zwei hat wunderbar funktioniert. Das System ist einfach göttlich, was das angeht. Da muss man sich gar keine Sorgen, Gedanken oder sonst mehr was machen. Es läuft einfach. Autocrafting, fuck the world. So, und die mache ich jetzt hier rein. So, und, ja doch, von dem hier habe ich noch einmal hier und da und dann zweimal die Panels drauf und, ja, jetzt müsste eigentlich das ME-System, oh, hier, laufen. Schauen wir doch mal. Ja, es leuchtet. Das sieht gut aus, das heißt, wir haben Zugang zum Terminal. Äh, oh, obala. Äh, wenn wir noch schauen, wie viel, also, wie der Controller hier braucht, äh, Energy Used Elf. Hm, das ist natürlich Elf und hier kommt eigentlich nicht so viel rein. Ähm, okay, ich dachte, das wären fünf letztes Mal, das heißt, da brauche ich noch ein paar Solar Panels, beziehungsweise ein paar Solar Arrays, äh, dann werde ich mir doch hier die next größeren Solar Panels bauen. Ähm, ja, rein theoretisch könnte ich auch das, ja, nee, das, äh, ME-System soll schon unabhängig vom Atomkraftwerk laufen. Ähm, sonst habe ich da wieder nur Probleme. Ähm, das heißt, ich mache mal von denen hier einfach, ähm, sechs, zwei, acht, zehn Stück, dann kann ich mir zwei von den next größeren machen. Mal gucken, wie viel mir das jetzt macht und wie viel es machen kann. Jetzt fällt Redstone, aber Redstone kriege ich aus, äh, UU, nicht aus 88, aus UU Matter. Und zwar war das diesen hier, genau. Ähm, hauen wir mal rein. Puh, keine Ahnung, wie viel machen wir denn da? So, naja, machen wir nochmal. So, jetzt dürfte eigentlich auf jeden Fall reichen. Jetzt mal schauen, ob das jetzt weiterläuft. Jetzt fällt mir der Generator und Glas. Okay, Glas war einfach hier Cobblestone nochmal mesuriert. Und der, äh, okay, den Generator habe ich wirklich noch nicht als, äh, Recipe. Ähm, da brauche ich erst eigentlich denn hier. Eigentlich brauche ich erst denn hier. Das heißt, ich mache von denen hier, äh, eins, zwei, vielleicht dreimal. Äh, fährt da auch was dafür? Nee, habe ich an sich nicht. Ähm, Beginn. Okay. Hängt es jetzt gerade ein bisschen. Next. Ah, doch hier, er fällt ihm auch Glas. Okay. Ähm, ja. Dann habe ich gerade ein kleines Glasproblem. Aber, oh, hier habe ich ja eine ganze Ladung schon. So, rein damit. Das heißt, das hier gibt mir schon mal die hier. Das hier gibt mir dann, äh, mit dem ersten gibt es mir den Ofen. So, und aus, äh, Quatsch. Nee, ähm, den Ofen bitte. So, genau. Endcode. Und aus, äh, dem Ofen habe ich jetzt keinen. Muss ich erst fix einen bauen, dann richtig. Ja. Ähm, aus dem Ofen war das mit, ja, wieso macht es das nicht? Ach, das ist Musi Cobblestone, ja, dann, äh, bitte den normalen, ähm, Cobblestone, ja, hier, denn hier, bitte, so, genau, und aus dem Ofen, und Iron war's, ähm, Iron, nicht Ohren, Iron, und genau, hier, mache ich dann einen, ähm, normalen, ähm, nee, Quatsch, hier, das, ja, so, ähm, und der hier, und dann bitte einmal Encode, so, Encode, genau, und aus dem normalen, jetzt mache ich mal die fix rein, äh, jetzt muss ich nämlich gucken, wie die anderen gehen, ähm, einmal, zweimal, Hier, und da, so, und jetzt kann ich doch Iron Fusion, genau, jetzt kann ich da ein, fix herstellen, jetzt nehme ich Dender, jetzt muss ich mal schauen, wie das war, ist mal ein Generator, und der war mit Refined und einer Batterie, ähm, Generator, So, äh, Refined und einer Batterie, beziehungsweise Dender brauche ich, Dender brauche ich, und jetzt noch eine, äh, Batterie, habe ich das noch hier im Ding, da, ah, habe ich keine, ha, dann brauche ich gerade das nächste, Crafting recesset, weil das brauche ich, ein Kabel, Zin und Redstone, Redstone, dann, ähm, ul,ной, genau, und, ähm, uh, ähm, ö,Σ Oh, Kabel, hier, diese hier, bitteschön also dann sind sind kabel und batterie und einmal in koden so und naja du musst gleich ein baum aus einmal und rein damit und einmal bauhen bauen bauen so beaterie kraft einmal beginnen so die haben wir jetzt auch und jetzt kann ich damit mit dem hier dem 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 und iron fusion kann ich an generator kraften und da kraft ich mir dann einmal hier das da und jetzt wenn ich das ja hab dann müsste eigentlich mein solar panel ohne probleme kraftbar sein außer dass natürlich halt so sechs stück und ich brauche aber dass da tun wir mal alles wieder rein so und ich brauche vier stück dafür brauche ich noch sand beziehungsweise nicht sand sondern glas und glas haben wir hier noch eine ganze ladung voll und dann machen wir noch hier ja richtig viel auto gekraftet das ist einfach ultra ultra dieses dieses me system und dann haben wir hier kommen die quatsch solar panel da fällt immer noch was was fällt ihm denn jetzt okay jetzt fällt ihm krass rabo fehlt ihm okay okay habe ich echt kein mehr tja da muss ich mal jetzt schauen dass ich mein rubber extractor wieder ganz toll anschmeiß jetzt wenn es an diese solar arrays geht macht er hier was ich bin ich jetzt irgendwie also kompressor ja extraktur ja genau der macht was und er braucht hier halt auch mal dementsprechend lang und deswegen muss ich mal schauen ja alles klar ja dann brauche ich einfach so lang diese low voltage solar arrays und baue hier den lv transformer auch schon mal als copper 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 als recipe oh gott ich habe fast kein kupfer mehr gras und hier drin habe ich ein bisschen koppel ja da gehen wir langsam echt die die materials aus hätte ich nicht gedacht lied oder ja das hier gibt es ein bisschen quatsch ein bisschen uran ein bisschen davon hier drin ist wahrscheinlich nicht allzu voll nähe das jetzt eigentlich gut aus der läuft auch noch durch ja ziemlich 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 durcheinander na aber hier dass da brauche ich auch noch und habe ich das endcode hier das blank pattern weil das brauche ich nämlich für dieses hier so dann machen wir das fix hier für das low weil dann kann ich da nämlich auch die quatsch hier bitte noch mal copper so und endcode so genau weil dann kann ich nämlich schon die mittel volt solar arrays kraften so dann haben wir das auch und da kriege ich gerade wieder was zu futtern so und wenn ich die hier noch habe dann brauche ich jetzt eigentlich bloß noch die da und die da das heißt ich nehme hier noch mal ein eins von diesen hier setzen wir das raus nehmen ein solar panel und crafte eins von diesen hier aber das wird nicht möglich sein ja das dachte ich mir schon bitte mal raus hier rein und du auch hier rein so und hier die sechs auch hier rein so und dann mal schauen das gibt noch mal einiges so die fliegen mal raus hier so und dann kommt das hier hier rein das hier kommt hier rein und ja jetzt mal hoffen das hier kommt noch hier rein aber jetzt macht er wahrscheinlich eben ja nächst ja erst die hier bevor die weitermacht das dachte ich mir schon fascht das heißt kann ich kann ich aber erstellen nun mal schauen rabe kann ich mir das irgendwie anders her holen aus dem setzling einschmelzen schmelzen schmelzen neha da sieht es schlecht aus nur über ein extractor und das rubber wood und mein extractor ist ja naja ein bisschen slowly was das angeht muss ich sagen es geht wieder ein bisschen was aber eben nicht das was ich brauche doch perfekt das ging das heißt das habe ich auch noch und das solar panel habe ich auch noch das heißt das kann ich eigentlich dann auch automatisieren dann habe ich ein automatisches low voltage jetzt habe ich wieder weg gemacht solar array ich komme mir mit dem endcode immer noch nicht so ganz ganz klar so das heißt jetzt kann ich vollautomatisch schon low voltage solar arrays kraften sofort nicht die recipes ab sowas wie rabe und ja copper fehlen wir jetzt und zwar ziemlich stark wenn ich das richtig sehe da habe ich noch ein bisschen das kann ich auch hier pulverisieren hier kriege ich noch ein bisschen copper raus so mal schauen ja doch da fehlt ihm copper dafür ne beziehungsweise hier rubber na den einen warten wir noch ab dann geht das glaube ich dann dürfte es reichen für die nächste für die nächste genau hier diesen hier jetzt macht er wieder was aber es reicht immer noch nicht für die letzten zwei ja sechs stück fünf stück hier stück da stück so und tun wir das mal dann tun wir auch wieder rein kann ja auch verwendet werden ja was haben wir denn hier lied oder und die ich auch rein so und jetzt kann ich low voltage eigentlich zwei stück schon mal kraften vielleicht kommt da ja schon der erste raus nee fällt ihm einfach ganz krass rubber genau fällt ihm rubber 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 okay dann raus wir hier mal noch fix die bodendecke auf ohpala und glaube ich hier sind die zwei overclocker drin genau weil der kann ruhig auch über drei aktuell arbeiten ne und hier zum rubber kommen die jetzt rein so mal gucken ob das schneller geht ah ja gefühlt schon äh hier gibt es noch etwas ähm iron dust so einmal zweimal dreimal perfekt ah ja geht viel schneller sehr schön da geht ja einiges so und dann kann ich auch noch mal wenn ich schon hier bin äh vielleicht fix äh so dass wir rausnehmen und pass halt noch mal wenn ich ja ich habe nicht mehr so viel zum einschmelzen müsste das reichen das hier können auch gleich schon parallel einschmelzen so das reicht zumindest zum die löcher zu stopfen so dann kann der weitermachen 3 nochmal 7 geht deutlich schneller so dürfte hier auch weiter machen und ihm next preview da fehlt ihm jetzt immer noch was obwohl das eigentlich hat wir müssen mal ganz raus und machen wir ganz rein ja vielleicht fällt ihm jetzt auch okay oh mein gott oh mein gott wow 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 nicht 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 und jetzt müsste aber uah ja krass damit hier ist ja noch auf äh dann machen wir hier mal provisorisch zu jetzt wo es dunkel wird so puh äh nee nee finde ich uncool was ihr da macht so reicht ihm das jetzt äh warte mir denn noch so 5 und einmal oh gott bin ich gerade von dem äh block erschrocken so er fällt immer noch immer noch immer noch es hat er auch noch nicht benutzt benutzt an die es fällt ihm bloß noch low voltage solar array das zweite das heißt er müsste eigentlich das erste schon haben perfekt ähm und das muss ich jetzt über glasfaser glaube ich aber nähe muss ich nicht das kann ich glaube ich noch über über das ding schließen wir mal an und gucken ob mal so dass sie stehen zum laufen kriegen ich habe ich auch noch sechs stück als habe ich die wrench nicht dabei doch habe ich perfekt so einmal hier oh nein ja ich muss schon abbauen na das auch noch bitte hier so ich hätte gerne wieder ja genau dies ist hier so und dann machen wir hier nochmal kabel hin äh äh ich weiß es gar nicht ab wo reicht mir denn das hin oh nein doch nicht die kabel oh man ich werde warum ich schon wieder ich habe einfach nur das falsche angewählt bitte das nochmal weg oh oh das war jetzt zu viel so und jetzt das low voltage solar array bitte so einmal hier drauf das sieht schon mal gut aus jetzt müssen wir mal schauen ob das hier auch ankommt und funktioniert ähm ok nein ähm wir brauchen ein anderes kabel wunderbar das sei mit hiermit dann auch bewiesen ähm das hier machen wir dann alles weg weil wir brauchen sowieso anderes für hier beziehungsweise ja eigentlich brauche ich ja dann erstmal nur die zwei wenn ich mich eigentlich recht entsinne oh die schöne minecraft musik gerade wieder so mhm so und jetzt 11 EU und aktuell kriegt er noch ein bisschen zu wenig natürlich lädt sich noch nicht voll auf aber wir warten ja noch aufs zweite solar array aber dafür müssen wir vielleicht direkt schon mal die query umsetzen naja wie dem auch sei machen wir zwischen halt hier in der mitte und ich sag bis zum nächsten mal bye bye euer semi pony n t 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 Bis zum nächsten Mal.